Am Donnerstag findet die Sese und jene Champions League Lottery statt. Bayern-Chef Dresen spricht darüber hinaus die Sese und jene Idee, die Sese und jene nach dem neuen Liga-Format wie Ausbesserung der Gruppenphase steckt. Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dresen erhofft sich von dem neuen Champions League-Format ausgeprägt eher sportliche Abenteuer in der Vorrunde. Die Gruppenspiele vor der packenden K.O.-Phase werden durch ein Liga-Format mit in diesem Zusammenhang 36 statt 32 Teilnehmern abgelöst. Die Idee, die Sese und jene dahinter steckt, ist, dass wir die Sese und jene Totenspiele an dem Einstellung einer Gruppenphase sowie die Sese und jene ersten zwei Mannschaften quasi nur hinter vier Spieltagen feststehen, nicht eher haben. Da erhoffe ich mir wahrhaftig eher Abenteuer, aufgrund dessen lediglich die Sese und jene ersten acht der Tabelle für dasjenige Runde der letzten 16 geschult sind. Sagte Dresen an dem Rande eines Termins in München, beim der Rekordmeister darüber hinaus die Sese und jene Bau eines Ladeparks für Elektro-Trucks und Busse in Teamarbeit mit seinem Partner man an der Staatenbund-Arena unterrichtete. Diese Durchsicht auf ein Liga-Format, weg von der Gruppenphase mit Hin und Revanche, wird für uns alle etwas vollständig Neues sein, sagte Dresen. Es wird für uns alle eine neue Erfahrung. Jeder der 36 Teilnehmer bekommt an dem Donnerstag, 18 Uhr, in Monaco acht diverse Gegner zugeteilt. Aus jedem der vier Lostöpfe besuchen am Werk zwei. In der Gruppenphase waren es bislang drei Gegner und insgesamt halbes Dutzend Partien. Dresen glaubt, dass mit der Neuerung in der Vorrunde länger die Sese und jene Abenteuer aufrecht erhalten wird. Klares Absicht des FC Bayern ist die Sese und jene direkte Vermögen für dasjenige Runde der letzten 16. Absolut! Es ist der Funktionalität an uns selbst, zusammen mit die Sese und jene ersten acht zu besuchen, bestätigte Dresen. Dann hätte man wenn schon den Vorteil, zwei K.O.-Spiele kleiner zu haben. Denn die Sese und jene Vereine auf den Plätzen neun so lange bis 24 kämpfen hinter der Liga-Phase in Hin und Revanche zunächst, weil den Beschlagnahmung in das Runde der letzten 16. Die Bayern gehen eigen beflügelt in die Sese und jene neue Champions-League-Saison, da dasjenige Endspiel an dem 31. Mai 2025 in der Münchner Staatenbund-Arena stattfindet.